Hallo und herzlich willkommen bei SKD TV. Das Wichtigste in 120 Sekunden. Mein Name ist Thorsten Boerberg. Das neue Fit It All 3.0. Einen kompletten Produkt-Relaunch erlebt gerade das Sport- und Ernährungsprogramm Fit It All. Kein Stein bleibt mehr auf dem anderen, wie man so schön sagt. Das Fit It All Programm ist aktuell in mehr als 500 Fitnessclubs im Einsatz. Schon über 120.000 Teilnehmer dokumentieren den Erfolg. Nun wurde Fit It All komplett erneuert. Das Figurkonzept wurde komplett digitalisiert. Alle Inhalte sind nun auch auf modernen Medien wie Tablets oder dem Smartphone verfügbar. Und das in verschiedenen Formaten. Als Audio-Coaching, als Video-Coaching und in Form von E-Books. Außerdem wurden alle Verbrauchsmaterialien auf ein neues, modernes Design umgestellt und die neuen Produktvarianten entwickelt, sodass Fit It All nun für wirklich alle Fitnessclubs durchführbar ist. Das neue Fit It All ist also multimedial, modern und günstig einsetzbar. Natürlich ohne monatliche Lizenzgebühren und bereits ab 4 Euro je Teilnehmer. Weitere Informationen finden Sie unter www.fititall-concept.com Und dann können Sie untertiteln. 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 Und dann können Sie untertiteln.